Hi zusammen, es regnet und die Sonne scheint, aber einen Regenbogen habe ich leider nicht gesehen. Ein ganz großer Lichtblick ist aber mein neues Akröbel von Mama. Ist das geil oder ist das geil? Heute eine Kurzbotschaft vom Universum für die Woche vom 16. Oktober bis 22. Oktober 2023. Liebes Universum, bitte gib mir Botschaften, was auf uns zukommt. Dies ist eine allgemeine Legung. Bitte denkt daran, dass es sein kann, dass ihr nicht vollständig in Resonanz geht. Als Hauptthema liegt das Schicksal. Eine positive Veränderung bringt das Schicksal durch eine Nachricht. Innerhalb von drei Wochen oder drei Monaten und kleines Glück. Die weiteren Tendenzen, ein Schutzengel, bringt Wunscherfüllung. Alles Liebe, eure Sonny. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.